Nummer 5. Wandmontierter Biokamin. Einfache Installation und modernes Design. Ideal, um einen Hauch von Romantik in Ihr Wohn- oder Schlafzimmer zu bringen. Erhältlich in Braun. Der Biokamin nimmt keinen Platz weg, hat eine Tiefe von nur 12 cm. Hergestellt aus lackiertem Stahl, hitzebeständig. Der Brenner ist sicher, er ist doppelwandig, hat einen Keramikeinsatz, der das Auslaufen von Brennstoff verhindert, und eine Flüssigkeitsstandanzeige. Entspricht den CE-Normen. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 4. Biokamin mit einem modernen und eleganten Design. Stabile und langlebige Konstruktion. Der Biokamin ist aus rostfreiem Stahl gefertigt. Er misst 110 cm in der Länge, 54 cm in der Höhe und 14 cm in der Tiefe. Ein toller Artikel, um einen Hauch von Romantik in Ihr Wohn- oder Schlafzimmer zu bringen. Der Brenner hat ein Fassungsvermögen von 1,5 Litern. Er ist eine gute Alternative zu traditionellen Kaminen, um die Räume des Hauses zu heizen, ohne schädliche Abgase zu erzeugen und unter voller Berücksichtigung der Umwelt. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Dieser Bioethanol-Kamin ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und mit schwarzem Pulver beschichtet. Edelstahl verleiht dem Kamin eine lange Lebensdauer und Haltbarkeit. Es handelt sich um ein zertifiziertes Produkt, das die vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen erfüllt. Das Bioethanol ist geruchlos und verbrennt absolut rückstandsfrei. Die elegante Form ermöglicht es Ihnen, die Einrichtung Ihres Wohn- oder Schlafzimmers aufzuwerten. Das Produkt ist auch mit Schutzglas erhältlich. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 2. Genießen Sie die angenehme Atmosphäre, die durch die Wärme dieses schönen Bio-Kamins entsteht. Er hat zwei Brenner und einen Flammenregler. Die Form des eingebauten Bio-Kamins verhindert, dass man dem Feuer zu nahe kommt, und die verwendeten Materialien halten eine konstante und sehr niedrige Temperatur aufrecht, was die Gefahr von Verbrennungen verringert. Das im Ofen verwendete Bioethanol verströmt keine unangenehmen Gerüche. Er hat keinen Schornstein. Der Bio-Kamin hat eine Länge von 95 cm und eine Höhe von 54 cm. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 1. Bio-Kamin aus hitzebeständig lackiertem Stahl, Farbe matt-schwarz. Geeignet für jeden Einrichtungsstil. Die Installation kann an der Wand oder unter Putz erfolgen. Schrauben und Haken sind im Bausatz enthalten. Zertifiziertes Produkt mit einer zweijährigen Garantie. Dieser Bio-Kamin hat einen einzigen Brenner mit einer Länge von 80 cm und Flammenregulierung. Ausgestattet mit Schutzglas und einem Zubehörteil, um das Feuer schnell und sicher zu löschen. Maximaler Schutz und Sicherheit. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung.